hallo leute ich wollte euch heute ein video kurzes video machen ich wollte euch nur ein neues jahr wünschen ich hoffe ihr schafft eure ziele dieses jahr ohne probleme also 2020 ich hoffe ihr schafft das eure ziele und ich hoffe ich schaffe auch meine ziele mein cd sind 2022 auf youtube die einem 1.000 abonnenten zu knacken ich hoffe wir schaffen auch bald weiter und danke an jeden an jeden der ein kanal abonniert hat und meine videos live und meine videos anschaut und die hater sage ich gar nichts die können gerne machen was sie wollen und ja das war's mit dem video wir sehen uns alle dann beim nächsten video tschüss leute das video taucht nur eine minute egal tschüss leute wir sehen uns alle dann später also beim neuen video tschau tschau